hallo ihr lieben heute haben wir wieder ein set mit dem kreativ beton von raya das ist eine kerze wo aber das stück wo die kerze dann reinkommt aus beton gegossen wird und ich habe ja schon vor einer weile mal mit beton was gemacht nämlich so ein herz da war ich so ein bisschen fährt auch zögerlich oder weil es mir nicht tief genug reingegangen ist ich hoffe diesmal wird es besser und also ich muss sagen ich finde es toll also ich kenne das ergebnis ja schon weil ich vertone wieder nach wie gesagt ich höre immer hörbücher nebenbei und dadurch ist das für mich die schönste entspannung die es gibt es gibt eine gute anleitung und dadurch führe ich euch jetzt einfach so ein bisschen durch das set und als erstes müssen wir den beton natürlich anmischen und wird mit wasser es steht alles in der anleitung super drin ich kenne jetzt leider nicht mehr die genauen angaben das tut mir leid aber wie gesagt dieses set gibt es so komplett auch zu kaufen dort also ich habe es genauso auch gekauft weil ich ja immer so ein bisschen schaue funktionieren die sets eigentlich auch und ja ich kaufe immer alles selbst nur falls da mal zwei bekommen sollten nein ich kaufe alles selbst ich bekomme dafür kein geld natürlich zeige ich meistens den firmen mein ergebnis und zeigt denen das wie es geworden ist oder wenn ich eben ich hatte ja auch schon sets wo ich dachte um gottes willen das hat bei mir jetzt so gar nicht funktioniert und schreibt ihnen das auch und das gar nicht mal als vorwurf und dem sinne sondern einfach nur als hinweis das fand ich jetzt nicht ganz so gut kann man es vielleicht anders machen zum beispiel war manchmal die anleitung nicht so schön und aber wie gesagt das war jetzt ich fand das set nicht schlecht und dadurch kann ich schon mal vorweg nehmen ich habe den beton so ein bisschen stück für stück gemacht aufgrund dessen weil das auch so ein bisschen gestaubt hat wer da so ein bisschen empfindlich ist also dementsprechend dann gerne eine maske mit aufsetzen also auch das anrühren fand ich diesmal sehr angenehm muss ich mal sagen also ich glaube ich hätte mir jetzt höchstens ein größeres stäbchen gewünscht aber das ist meckern auf hohem niveau ich hätte mir auch einfach eins nehmen können ich habe ja genug zu hause also aber meistens versuche ich es ja doch immer mit den mitteln die ich da habe eben auch zu machen und genau also dadurch ein bisschen geduld haben dass man zeit gut anrührt weil ich ja die erfahrung gemacht habe eben auch mit anderen materiellen das rühren ist meistens das a und o und dementsprechend also es ist übrigens alles in dem set mit drin also der becher also da wo das alles drin war nimmt man zum anrühren für den beton dann war ist das wachs mit drin dass der dort mit drin da ist schleifpapier mit bei um nachher noch das ganze zu noch ein bisschen glatt zu machen was ich dann auch gemacht habe so ein stück weit zumindest nicht komplett weil ich glaube das hätte vielleicht so ein bisschen die komplette form für mich so ein bisschen zerstört aber dass das geschmackssache kann jeder für sich so ein bisschen handhaben wie er möchte dann habe ich mir so ein schädchen genommen aufgrund dessen also ursprünglich war die anleitung gewesen man soll unten in diese durchsichtige plastik schale so ein zwei euro stück reinpacken und damit man damit dieses beton dann besser steht auch und damit aber eben auch die schale halt dieses durchsichtige gut aushärten kann und sich nicht hin und her wackelt ist soll man das eben auch in die porzellanschale wie es jetzt gemacht habe rein machen damit es halt stabil steht das mit dem zwei euro stück habe ich nicht gemacht aufgrund dessen weil ich mir nicht sicher war geht das wieder raus also da war mein vertrauen nicht groß genug in die anleitung und habe ich also weggelassen was aber für mich auch überhaupt kein nachteil jetzt war dann das acryl schale dann mit öl so ein bisschen ein streichen ich habe es jetzt nicht mit einstreichen gemacht sondern halt wirklich so drinnen rum geschwenkt war vielleicht ein bisschen viel ich bin mir nicht genau sicher weil es dann doch relativ lange gebraucht hat bis es für mich jetzt so trocken auch aussah also das durchtrocknen war bei mir relativ lang und aber ansonsten ich bin immer wieder verwundert wie gut so was dann auch weg trocknet gerade war ja doch wirklich viel viel flüssigkeit da jetzt auch mit bei war und als nächstes ist dann gibt es ja noch eine kleinere variante von dieser acryl schale und diese kommt dann auch rein ich finde es immer ganz gut wenn dann eben ganz viele steinchen dann mit reinkommen also auch die muss eingeölt werden habe ich also mein schönes sonnenblumen öl genutzt und hat das so ein bisschen eingeölt also es ging dann auch wirklich gut raus also überhaupt kein problem also ich habe ja immer so ein bisschen angst dass man es nicht aus der form aus bekommt aber keine sorge auch ich habe es raus bekommen also glaube ich geht das ganz gut und dann stupst man das in den beton rein und guckt natürlich dass man gut mit ich das macht ist jetzt nicht immer 100 pro weil manchmal verschiebt sich sehr dann doch noch ein bisschen ich habe es jetzt reingedrückt habe dann festgestellt ups mir fehlen ja noch die steine und habe dann also ganz viele steine zum glück sammelt man ja an aus sehe immer ganz viel steine dementsprechend habe ich da keinen mangel und habe dann ganz viele steinchen reingemacht und dann ging es tatsache ans trocknen und das hat wesentlich länger wie gesagt schon gedauert als ich dachte oder als auch in der anleitung stand vielleicht bin ich da auch einfach nur zu vorsichtig jetzt auch gewesen aber das war dann leider dem jetzt so geschuldet vielleicht auch dass das öl mir das suggeriert hat ich bin noch nicht trocken oder so ne und hier seht ihr aber also ich glaube ich habe es dann letztendlich eine woche drin stehen lassen und habe es dann als ich es rausgenommen habe auch noch mal ein stück draußen stehen lassen weil es eben noch nicht so richtig trocken aussah und genau also mit klopfen und so ging das wirklich ganz gut dass man es dann machen konnte und wie gesagt ihr seht es sieht noch so ein bisschen dunkel und feucht aus also ölig auch und dadurch habe ich dann also insgesamt hat es bei mir zwei wochen gestanden das war aber wie gesagt vielleicht hätte ich es auch schon machen können und genau und nach den zwei wochen ist dann das kerze gießen gewesen und beziehungsweise ich habe noch ein bisschen geschleift also es war jetzt nicht viel was ich geschliffen habe aber ich wollte wissen oben die kante so ein bisschen angenehmer machen und ich hatte auch erst überlegt ob ich es noch einmal außen aber ich fand den natureffekt jetzt für mich jetzt viel viel schöner und habe es dementsprechend zugelassen ja ansonsten man kann das wachs auch weiß lassen da ich aber schon kerzen gegossen habe habe ich natürlich alles zu hause gehabt also weißes wachs ist vollkommen in ordnung aber ich habe eben auch noch ein duft reingemacht und dann habe ich auch noch farbe reingemacht also ich habe es nicht weiß gelassen ich habe ein grün raus gemacht und fand das jetzt für mich so ganz passend wie gesagt alles geschmackssache kann jeder dann anders machen wie er möchte er kann es weiß lassen ohne duft weil der duft und die farbe ist logischerweise nicht mit bei aber wer da das gerne möchte kann sich die sachen dazu ja auch noch kaufen ja das wachs ist immer wichtig dass das natürlich geschmolzen wird und in der zeit habe ich dann den doch hat angeklebt ich hatte noch solche aufkleber die ich dann unten damit der doch gut fest sitzt und nicht hin und her wackelt wenn ich es dann gieße und habe ich also dementsprechend unten angeklebt und dadurch gibt es das ganze ein bisschen mehr stabilität und ist nicht nach der hälfte dass es dann schon nicht mehr brennt oder so oder unregelmäßig abbrennt also auch das passiert ja immer wieder also hat man bei allen kerzen ja immer mal und ja und jetzt gieße ich auch schon vorsichtig logischerweise gehört einfach auch mit dazu das ist so mein wasserbad was ich immer zum basteln nutze es macht sich wirklich gut es mache ich zum kerze gießen sehr sehr gerne ich habe damit glaube ich auch schon gefärbt und aber die seife zum beispiel die mache ich ja in meiner mikrowelle also viele geräte fürs basteln wird immer mal wieder gebraucht und ja ja ich habe da noch zwei stäbchen übrigens reingemacht falls ihr das seht ihr habt das ist einfach jetzt dem schul geschuldet auch um den doch so ein bisschen festhalten zu können also auch dass da könnte eigentlich alles nehmen ich habe noch keine lösung dafür gefunden dass da dieser streifen für ist also der dann entsteht weil ich zu hoch gegossen habe also ich habe da noch keine idee wie man es vielleicht verhindern kann außer dass man weniger reingießt aber gut ja ansonsten seht ihr hier das ergebnis und ich fand es mal wieder sehr sehr schön ich habe mal wieder was neues ausprobiert auf dem beton noch mal ausprobiert weil ich ja beim letzten mal so ein bisschen traurig drüber war dass ich es nicht ganz so schön hinbekommen habe sie trotzdem schön aus sie steht auch hier die schale mit dem herz und aber ja dementsprechend finde bin ich mit dem ergebnis auf jeden fall sehr sehr zufrieden ja wenn euch das gefallen hat wie gesagt ich freue mich immer sehr wenn ihr mir ein däumchen nach oben da lasst oder ein abo ich freue mich über jeden einzelnen der da den klick macht und wie sagen andere immer die glocke aktivieren und das dann halt alle benachrichtigungen auch kommen ja ansonsten fragt mich gerne falls ihr noch was wissen wollt was ich gemacht habe wie es gemacht habe was ich denke dazu wie man es am besten machen kann gerne in die kommentare reinschreiben also vielen vielen dank auf jeden fall und ich freue mich wenn ihr nächste sonntag nächsten sonntag wieder dabei seid und dann wünsche ich euch erst mal einen wunderschönen sonntag und bis bald tschüss